herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren folge opa zockt minecraft feeds the beast infinity ok du bist fertig sehr schön wird 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 so langsamer sichern 64 machen das mal so alles her alles her alles darin ach so ist schon das maximum na gut dann ist es halt das maximum zack kohle rennen deckel drauf und gib gas dann laden wir die hier mal um das was dann hier rein bekommen teilen Du kannst weg, du kannst weg, du kannst weg, du kannst weg, du kannst weg. Gut, 3 freie DRIVES noch. Dann brauchen wir Gravel Nile, Stone Wigs. So, gib mir mal hier so ein paar von denen, weil die ist leer. Machen wir hier mal zwei Dinger voll. Weil jetzt brauchen wir so ein paar Stone Wigs. Weil wir müssen in der Folge jetzt mal ein bisschen anfangen Gas zu geben in Richtung der zweiten Ebene. Das ME System wird hier oben immer größer. Und das war eigentlich so nicht geplant. Das war ja eigentlich nur temporär hier unten hingestellt. Und deswegen sollten wir uns jetzt mal drauf kümmern, dass wir jetzt oben die zweite Ebene fertig bekommen. Hier haben wir auch noch ordentlich was drin. Vor allem auch Glas. Glas und ordentlich Gold. Alles rein damit. Das kann hier raus. Sint kann hier auch raus. Sint gehört noch hier. Holzkohle, Scharkol, Wood 2300 Wood. Wie sieht das hier aus? Hier arbeitet noch, aber es sieht sehr langsam aus. Ich zeig mal kurz her. 96, 94, das passt noch alles. Warum so langsam? Ist alles in Ordnung. Na gut, machen wir weiter. Hier, eventuell was fertig. 86, 86, nichts fertig. Gut. Der Elevator muss hier dann noch raus. Oh guck mal, sieht aus wie ein Tsunami, der da auf das Haus zukommt. Der Tsunami. Egal. Bau ab. So. Dann brauchen wir Stormbricks. So. Dann brauchen wir Stormbricks. so. Wie geht es denn? Ups. Nein, Granit. Aber alles was du hast. Gut, gut, gut. Dann gucken wir mal. Wie weit war wir hier schon. das war das hier alles habe ich mich jetzt verjahre ok dann soll ich habe hier noch fackeln dabei das war f7 jawohl leuchtet man hier ein bisschen aus in der Zwischenebene besser ist das weil wenn ich jetzt hier alles zu machen dann wird alles rot und dann spawnen hier die ganzen Viecher und ich wundere mich warum ich nicht wenn ich dann noch was da noch was du dann da gibt es auch mal einen hier haben wir auch noch hier ist auch noch einer hier und da so auch noch eine Papel übrig und die brauchen wir auch hier perfekt gut so hier das gleiche machen wir jetzt auch auf der Seite auch da sind es drei dass wir hier auf jeden Fall erstmal vernünftigen Weg haben zum laufen und dann holen wir mal den Filler raus so hoch hoch ja um wo gucken kann oder sie das ist aber falsch landmarks 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 wo wo ist der wo ist der Filler 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 landmarks wo noch irgendwas oh guck mal hier haben wir noch Basic Capacitor hier ist auch noch ordentlich Baumaterial sehr gut ja die Kissen das nächste was wir noch machen müssen dass die ins ME System reinkommen ja sogar ganz ganz wichtig gut sowas hätte ich noch gerne und eine Batterie und eine oh 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 komm du mal her toll jetzt dich mal nach dort so ist besser ok so erster stock landmark landmark dort 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 das war nichts ah Mist also nochmal wieder runter ja wir haben hier raus noch gar keinen Weg da muss ich mir auch noch was einfallen lassen ob wir dann so ein Wartungsfahrstil bauen der nur durch die Wartungsebene entspringt das das ist eigentlich eine gute Idee muss ich mal Hinterkopf behalten oh jetzt wäre ich noch fast runtergeflogen so Filler Film Achso Rotarie rot von Prozent von von hat Schönen Heimlich, 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 Lab Marks, Zup, 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 Zup. Zup, 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 Z Ja, ich liebe diesen Filler Und völlig Alles hier Oh Einen noch Zu dir Einmal dort 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 So, jetzt kommt nämlich unser Guter Level-Einsatz Es müsste reichen Ja, es reicht Oh, geil Ich liebe es, mein Plan funktioniert Zack Passt Filler los Batterie drauf Und hinein Das wird glaube ich nicht reichen Mal gucken Ah, ist das schön Zack, 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 zack Zack, 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 zack Journey Map Wie schnell update ist da denn die Journey Map Ach guck mal Geht so relativ zügig Bung 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 Wie schnell das geht Bung 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 Es wird Bung 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 Lucy Ging Hier haben wir noch ein paar drinnen. So wir haben hier keine Stormwix mehr. Warte mal, wir können erstmal die hier nehmen. Bevor wir neu herstellen. So. Schwert in die Hand. Wo seid ihr? Ausleuchten. Gut, klar, dass hier vorne dann nicht ausleucht ist, ist richtig. Das lassen wir auch erstmal so. Da kommt eh die Wand hin. Zack, 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 zack. Wie lang? Zack, zack. Da haben wir noch ein Stick und dann haben wir keine Fackeln mehr. Dann müssen wir mal gucken, ob wir es irgendwie schaffen, den Packager und den Craft Package Stamper zu bauen. Dass wir dann Dark Iron machen können für die Ware Slams. Wenn es die in dem Package noch gibt. Zumindest gab es die früher mal. Die machen dann doch ein kleines bisschen mehr Licht. Da brauchst du nicht nur auf die große Fläche 300 Fackeln. Da braucht man dann halt nur noch, was weiß ich, ein oder zwei Ware Slams und dann war es das. So, schön. Fertig. Jetzt kommt hier oben noch die Umrendung rein. Fensterscheiben noch rein. Die Folge ist auch gleich schon vorbei. Wir machen jetzt hier vorne noch ein bisschen fertig. So, machen wir die noch und die noch. Und dann bedanke ich mich schon mal ganz herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ich war der Opa und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. FwartER